Hallo, ich bin's wieder, die Jackie aus der OT. Diesmal haben wir solche Basteltüten für euch. Die sehen ein bisschen anders aus als letztes Mal. Da habt ihr wieder drei Anleitungen drin und das dementsprechende Material. Ihr habt einmal so ein Stück schwarze Pappe, das ihr selber bemalen müsst. Ein Wattepad. Ein Pöttchen mit weißer Farbe. Dann habt ihr zwei Stücke braune Pappe. Ein Stück gelbene Pappe. Zweimal orange. Und vier von solchen coolen Augen. So, wir fangen heute an mit so einem Pinguin. Dazu müsst ihr erstmal auf das Stück schwarze Pappe euren Handabdruck abmalen. Dann am Ende macht ihr den einfach noch so rund und schneidet das einmal aus. Wenn ihr euren Handabdruck dann fertig ausgeschnitten habt, nehmt ihr euer Wattepad und klebt das einfach so in die Mitte von der Hand. Dann nehmt ihr das orangene Stück Pappe mit der Raute drauf und schneidet die auch einmal aus. Die faltet ihr dann einmal so in der Mitte durch und klebt die hier oben dran, sodass das obere Stück quasi so ein bisschen absteht. Dann nehmt ihr euch eure Kulleraugen und klebt die einfach auch über die Nase. So, wie ihr möchtet. Das soll ich ja selber überlassen. Und dann ist euer Pinguin auch schon fertig. So, dann machen wir weiter mit so einem kleinen Schneemann aus einer Klopapierrolle. Die braucht ihr von zu Hause. So, eine leere. Dann nehmt ihr als erstes euer Stückchen weiße Farbe und malt die komplette Rolle einfach einmal weiß an von außen. Wenn ihr die Rolle fertig angemalt habt, dann stellt ihr die einfach zum Trocknen zur Seite. Macht euer Pätschen wieder zu und schneidet aus diesem Stück brauner Pappe drei Streifen aus. Das werden nachher die Haare. So, wenn eure Rolle dann getrocknet ist, dann nehmt ihr eure drei Härchen und macht auf die Spitze ein bisschen Kleber drauf. Und klebt die auf die Innenseite von eurer Rolle, damit die dann oben so rausgucken. Dann müsst ihr eigentlich euren Schneemann nur noch bemalen. Dazu nehmt ihr erstmal den schwarzen Stift und malt zwei Äuglein drauf. Unter den Augen malt ihr dann mit eurem orangenen Stift eine Möhre. Das ist dann die Nase vom Schneemann. Und darunter könnt ihr dann euren Schneemann Mund malen. Da könnt ihr, wenn ihr möchtet, so einen Zahn drunter malen, müsst ihr aber nicht. Und dann müsst ihr nur noch drei schwachte Punkte malen. Über die Augen malt ihr dann noch zwei Augenbrauen. Und dann ist euer Schneemann fertig. So, jetzt zum Schluss machen wir eure Eule. Sieht man die? Gut. Dazu nehmt ihr euren Tannenzapfen. Den müsst ihr draußen sammeln. Und als erstes schneidet ihr aus der braunen Pappe zwei Flügel aus. Wenn ihr eure Flügel dann ausgeschnitten habt, dann klebt ihr die einfach an die Seite von eurem Tannenzapfen. Da müsst ihr ein bisschen aufpassen. Es kann sein, dass das nicht so gut hält. Dann müsst ihr das einfach ganz lange festhalten, bis euer Kleber trocken ist. Und bis die Flügel ganz von alleine da dran halten. Sonst fallen die nämlich wieder ab. Wenn euer Kleber angetrocknet ist, dann könnt ihr ganz vorsichtig weitermachen. Und schneidet aus eurer gelben Pappe die zwei Pfötchen aus. Wenn euer Tannenzapfen kleiner oder größer ist, dann könnt ihr die natürlich auch noch kleiner schneiden. Oder die so groß lassen, damit das halt einfach schön aussieht. Aber allerdings gucken auch am Ende nur noch die Spitzen da raus. Deswegen. Die Füße von der Eule, die könnt ihr dann einfach hier unten so reinstecken zwischen die Lücken. Weil das mit dem Kleber nicht so gut hält. Sieht genauso cool aus. So. Wie ihr möchtet. Am besten macht ihr die Füße ein bisschen kleiner. Dann sieht es besser aus. Dann nehmt ihr eure zwei Kula-Augen und klebt die vorne in die Mitte von eurem Tannenzapfen. Falls die Kula-Augen mit der Klebeseite nicht so gut halten, dann könnt ihr natürlich auch noch Kleber von euch selber drauf machen. Dann halten die vielleicht ein bisschen besser. Und zum Schluss müsst ihr nur noch eure Nase ausschneiden. Und die könnt ihr auch wie die Füße, wenn ihr eine Lücke habt, einfach dazwischen stecken. Auf Flügel wieder dran kleben, falls sie abfallen. Ihr Auge auch wieder dran kleben. Und wenn ihr dann alles in Ruhe getrocknet lassen habt, dann sollte das auch halten. Und am Ende sieht es ganz süß aus. Falls ihr das mit euren Eltern zusammen macht und ihr habt zu Hause eine Heißklebepistole, klappt das damit natürlich noch mal besser. Dann hält der Kleber einfach besser. Oder ihr fragt euren Papa, ob der euch im Baukasten sein Alleskleber oder Sekundenkleber gibt. Dann hält das einfach ein bisschen besser und ist nicht so kompliziert. Ja gut. Ja, dann wünsche ich euch frohe Festtage. Viel Spaß beim Nachbasteln. Bleibt alle gesund und schickt uns gerne Fotos, wenn ihr fertig seid.